Hallo meine lieben Shadow-Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einem weiteren kleinen Update-Video zum Thema Shadow. Also, jawohl, einige von euch werden es mitbekommen haben und Shadow hat zurzeit ein wunderbares neues Angebot, worauf ich heute eingehen möchte bzw. auf eine kleine Problematik, die damit zusammenhängt, die Shadow jetzt noch nicht ganz so transparent eben kommuniziert bzw. man liest das nicht immer da heraus. Deswegen möchte ich hier einfach mal noch ein paar Sachen erklären zu diesem Angebot, damit niemand von euch irgendwie auf Probleme stößt, denn letztendlich soll das ja niemand tun. Wer nicht, weiß worum es geht. Shadow hat eine Kooperation oder eine erneute Kooperation mit Ubisoft. Ubisoft und Shadow arbeiten zusammen und bringen euch jetzt Far Cry New Dawn, das neue Far Cry, komplett kostenlos. Die machen das natürlich nicht einfach so aus Spaß oder weil sie alles so doll lieb haben. Nein, da steckt natürlich ein Deal dahinter, da steckt jede Menge Kohle dahinter und letztendlich soll das nochmal einen Anreiz geben für Leute, ein Shadow-Abo abzuschließen und das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen. Finde ich aber auch ganz gut, muss ich sagen. Also da hat man dann ab und zu doch nochmal einen Anreiz. Shadow ist ja dann doch hinterher hier und da mal kleine Angebote anzubieten und so könnt ihr nun die Standard-Edition von Far Cry New Dawn erhalten. Das ganze Angebot geht bis zum 25. Februar. Das muss hier auch nochmal angemerkt sein und nur solange der Vorrat reicht. Und ihr bekommt dort kein Exemplar, sondern bekommt einen klassischen Key. Das heißt, ihr müsst das Spiel runterladen. Aber falls ihr interessant an Shadow seid, solltet ihr sowieso eine gute Internetleitung haben. Das heißt, ab 15.000 aufwärts, am besten 50.000 und darunter gar nicht probieren. Und ja, wir kommen jetzt mal zu der Sache. Profitieren könnt ihr davon, wenn ihr Neukunde werden möchtet. Also es geht gerade an Neukunden. Das Angebot richtet sich an die, aber zum Beispiel nicht bei einem monatlichen Abo, sondern nur an die, die sich dazu entschließen, ein dreimonatiges Abo und ein zwölfmonatiges Abonnement abzuschließen im Neukundenbereich. Wie läuft das Ganze ab? Ihr schließt im Prinzip euer Abonnement ab. Je nachdem, drei Monate für 34,95 oder zwölf Monate für 25,95 Euro. Und dann erhaltet ihr 24 Stunden nach Abschluss eures Abonnements euren Promocode auf eurer Accountverwaltungsseite. Ich blende das hier auch nochmal ein, wie das dann aussieht, wo der zu finden ist. Und ihr erhaltet den aber wirklich nur 24 Stunden später, wenn ihr auf euer Rückgaberecht verzichtet. Da das sozusagen ein Geschenk ist zu dem Abonnement und ihr euch logischerweise, und dazu rufe ich euch auch nochmal auf, vor dem Abschluss eines Abonnements immer über das Produkt informiert und ob ihr es überhaupt braucht. Denn meine Regel hier ist, ich zwinge niemanden Shadow zu kaufen, ich informiere nur, weil ich es selber geil finde. So, und dann bekommt ihr das halt 24 Stunden später zugeschickt. Könnt das im Ubisoft Uplay Store dann, ihr hättet da einen Pre-Order-Code, den könnt ihr eben dann dort einlösen. Und habt dann die Standard-Edition sozusagen vorbestellt vom Far Cry. Kostenlos zum Abo. Jetzt werden sich einige Bestandskunden sagen, ja, was soll denn das? Ich hätte auch gerne Far Cry New Dawn. Könnt ihr haben? Und das ist eigentlich der Grund für das Video, denn ich habe mich bei Shadow so ein bisschen informiert und mal nachgehakt. Denn es gibt da einen kleinen Haken. Nicht alle Bestandskunden mit einem 3-monatigen Abonnement oder einem Jahresabo bekommen das nämlich. Denn die Bestandskunden mit einem bestehenden Shadow-Account können von diesem Abonnement oder diesem Angebot dann profitieren und Far Cry New Dawn gewinnen oder nicht gewinnen, bekommen. Wenn sie ihr Abo verlängern wollen. Und da kommen wir zu einer wichtigen Sache. Ja, Shadow hat da eigentlich alles so gut geschrieben. Aber was man ein bisschen näher erklären könnte. Das bedeutet auch, wenn euer Abo nicht abläuft, gerade euer 3-monats-Abo, dann könnt ihr das nicht in Anspruch nehmen. Ja, euer 3-monats-Abo muss einem Monat vor Ablauf sein, dann könnt ihr es nämlich verlängern. Dasselbe gilt beim 12-monatigen Abo. Wenn das nicht einen Monat vor Ablauf ist, könnt ihr es nicht verlängern. Wenn ihr es nicht verlängern könnt, heißt das, dass ihr auch keinen Zugriff auf den Promo-Code von Far Cry New Dawn bekommt. Und das fand ich einfach nochmal wichtig. Das wollte ich hier erwähnen. Nicht, dass jeder denkt jetzt, der ein Ein-Jahres-Abo hat, sich freuen zu können. So ist es leider nicht, liebe Freunde. Leider, leider Gottes nicht. Ich habe mich auch schon gefreut, aber musste diesen kleinen Dämpfer hinnehmen. Der sich aber jetzt dazu entschließt, ein Shadow-Abo abzuschließen. Der kann den Code nutzen, den ich hier ohnehin im ganzen Video eingeblendet habe. Das ist nämlich mein Freundescode. Da bezahlt ihr nicht noch mehr, sondern tut mir noch was Gutes. Also ganz im Gegenteil. Und bekommt einen Rabatt im ersten Monat von 10 Euro. Das heißt, wenn ihr in drei Monaten gibt es ein Abo macht, bezahlt ihr dann im ersten Monat davon 24,95 Euro und keine 34,95 Euro. Also, falls ihr Shadow für euch als nützlich erachtet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Code nutzen würdet. Denn es ist für euch kein Mehraufwand. Ihr bekommt was, ich bekomme auch was dazu. Und ja, das ist einfach ein Geben und Nehmen. Das wäre schön. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt in der Far Cry New Dawn Bundle-Geschichte ein bisschen informieren und auf den neuesten Stand bringen. Falls es etwas Neues zu Shadow zu berichten gibt, werdet ihr hier definitiv als erstes ein Video dazu sehen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht was draus. Bis dahin. Ciao, euer Crank.